Das sind 500 Euro. Das sind ja nur 400. Wie kann das denn sein? Hast du geklaut? Nein, ich hab das nicht. Ja, ich hab's geklaut. Du bist ja ein richtiger Dreckster. Schon wieder ein neuer Tag und du bist nicht gehypt. Da muss ich mir was im Leben ändern. Ich soll keine Branddeals holen? Erstmal nicht. Ich muss so schnell wie möglich eine Million Abonnenten erreichen. Aber davon wirst du auch nicht glücklich. Ich bin der Bierpump-Champion. Ich werd dir schon zeigen, wo die Bälle hängen. Aber bist du kein Illuminati? Sag nie nein zu einer Party. Das reimt sich, also muss es stimmen. Ich muss meine Familie doch ernähren. Der kriegt keine Angebote. Und das bedeutet, dass ich kein Geld verdiene. Wir brauchen sie. Hast du gesehen, wie A.A. run backst? Du meinst sein Account? Ja, der Hohen hat mich fast eingerollt, aber ist ja noch neu. Du wirst mich nie überholen. Ich sag das nicht nur so. Ich werde dafür sorgen. Ich expose Jonas in diesem Video. Träume ein bisschen mit mir. Besser kann es nicht gehen. Für den nächsten Brandy müssen wir erstmal deinen Ruf wiederherstellen. Mein Ruf ist gut. Ich rufe! Wir müssen was Großes machen. Überhaupt eine richtig gute Video-Idee. Ich werde nie glücklich sein. Sehe ich so aus, als würde es mir gut gehen? Ich hab einfach fucking Geld verschimmeln lassen. Ich trainieren ein bisschen.